Kommen drauf an, ob die jetzt überhaupt alle auf die Strecke lassen oder ob sie da auch nochmal auftragen. Das wäre jetzt mehr zu sinnvoll. Oh ne, ich glaube, wir kommen auf die Strecke, ich weiß es auch, Schatz. Ach du Scheiße. Das ist ekelhaft, wir müssen es gleich sehen. Wieder aufpassen. Wahnsinn. Oh leck. Ich habe schon das dumme Gefühl, dass ich da den Dachbügel da ausreiß. Seit das Haftpflichtversicherung. Stimmt. Ich reiß dann ganz sicher aus. Kennst du den Ringen schon, oder? Ja. Na, so macht das keinen Spaß. Ja, das hat auch voll die Strecke. Dann darfst du noch eine Runde fahren, oder? Nein. 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 Ich weiß nicht, ob ich das habe. Das ist nicht so, dass ich es nicht so gut bin. Untertitelung des ZDF, 2020 Der wird schon zweimal rundum sein. Ja, der war ja auch ein schönes Stück weit davor und nicht auch ein Runde Vorsprung. Der weiße, ne? 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 Wenn es reinkommt, dann habe ich die Rehe. Ich habe 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 die Rehe.